hallo leute und willkommen zurück zu interstellerspace genesis so werden in der letzten folge eine große schlacht gewonnen ist der bericht dazu haben die gegner sechs schiffe verloren und wir ein schiff das war etwas überraschend gewesen aber die haben so eine spezialwaffe dabei gehabt also praktisch hier so eine einzigartige technologie eigentlich müsste das gewesen sein genau der metastreamer in hatten sie dreimal eingebaut dann haben sie eins unserer schlachtschiffe einfach gewann hättet das war etwas überraschend aber okay wir haben noch viel mehr verloren als wir so also hatten flotte wieder aufgebaut und das auch dann wieder verloren wir haben 27 nicht beansprucht schiffs support punkte da können wir mal schauen dass wir noch mal den fokus mehr auf die produktion legen wir schneller nach produzieren aber schauen wenn wir auch noch events an okay das nachfolge event defragmentiert das war ja die entscheidung gewesen bezüglich unserer super computer die danach angefangen haben abends selbstständig irgendwelche kalkulationen durchzuführen und wir haben uns dafür entschieden dann die opa die operator eine verhör zu unterziehen und hier ist jetzt das ergebnis okay zuerst wollten die ingenieure keine keine fehler eingestehen okay und wir haben dann ein paar andere methoden angewandt und dann haben wir diverse beständnisse herausbekommen okay mit den entsprechenden individuen wurde entsprechend umgegangen und sie stellen kein problem mehr da okay und es wurden neue protokolle implementiert um unsere ja um die wichtigen dinge zu verschlüsseln und zu sichern okay manche bürger sind damit aber unzufrieden weil sie ihnen dann vorkommen wie eine hexenjagd und die neuen sicherheitsmaßnahmen verlangsamen standard operation okay ja die sollen damit weitermachen das 5 prozent moral für fünf runden minus 1 wissenschaft für jede bevölkerungseinheit mit einem super computer zeitlich unbegrenzt und okay aber gegnerische spione die brauchen fünf runden länger um ihre missionen durchzuführen okay ja das mit dem minus 1 wissenschaft wenn wir dort einen super computer haben pro bürger das ist natürlich nicht so schick der planeten leck aber zur schicht dazu hier haben wir gar kein super computer doch haben wir plus null von der infrastruktur zwei von den geboren ja okay machen weiter wir müssen das erste noch aktivieren okay ja gut jetzt haben wir es ja minus 1 durch das event ja das ist natürlich ärgerlich na gut so dann ein upgrade wir nehmen operations für zwei zusätzliche schiffssupportpunkte und ja wenn wir den zweimal upgrade würden da könnten wir die ruinen noch einmal durchsuchen also hier dann machen wir das ruhig so neue forschung es gibt mehrere sachen die ich gerne erforschen würde wir könnten jetzt natürlich auf kinetisch waffen gehen vier tage bevor wir das machen schauen wir mal bei uns nach um forschung forschungspartner vorbei ob der mittlerweile wieder mit uns daten austauscht ok möchten hier eine forschung mit 4124 punkten haben und würden uns geben titan konstruktion ja wir geben dann etwas schlechteres und nehmen dankend die titan konstruktion an ok hier Sie würden uns selber Kolonisierung geben, könnten auch sagen, sie sollen uns die Möglichkeit geben, ein Wunder zu bauen. Das würde uns 0,75 Produktion für jede Einheit geben im gesamten Imperium und dort, wo wir spawnen, plus 1,5. Das finde ich gut. Ja. So. Die haben noch keine Transporträume. Werden arme Anführer. Werden die Krieg führen. Verrecken alle. Okay. Ja, wir nehmen aber Lavakolonisierung dafür. Okay. Gut. Drei Technologien getauscht. Und dann müssen wir erstmal die Daten verarbeiten. Das reicht immer noch nicht. Nehmen die 10% an. Nehmen die 10% an. Okay. Freundlich. Das sollte dann jetzt reichen. Ein Forschungsabkommen. Jawoll. Das nächste galaktische Wunder, was wir dann bauen könnten. Das 25% Credits von Handelsabkommen. Und in der Kolonie, wo wir spawnen, bekommen wir zwei Kulturpunkte für jeden Bürger. Für jedes aktive Handelsabkommen. Also wenn wir zehn Bürger haben, zwei Handelsabkommen, dann kriegen wir 60 Kulturpuronen da. Das wäre eine Steigerung um fast 10%. Und von jeder strategische Ressource eine Freier. Wir machen unsere Raketen direkt mal 10% mehr Schaden. Wir müssen das natürlich noch bauen. Wir müssen das natürlich noch bauen. Ja, das ist super. Das machen wir. So. 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 Andere wird, die Spade, die Base Academy bauen wir einmal, und dann legen unsere Schiffe Erfahrungspunkte. Die Klonfabrik wäre natürlich auch interessant bei den Welten, von denen wir auswandern, also emigrieren. Wir haben mehr Erfahrungspunkte. Ah, Planetiaus, Verteidigungsschild, wir verteidigen durch unsere Flotten, das hier ist im Prinzip das gleiche, aber halt wenn es zur Bodenschlacht kommt. Ja, okay, 20% auf Schiffsverteidigung, wenn wir dann in dem Orbit kämpfen, bei einem Planeten, wo wir das gebaut haben. Ja, gut. Da müssen wir verarbeitet werden, ja das war doch jetzt schon mal sehr lohnenswert. Und dann schauen wir, dass wir die beiden Wunder gebaut kriegen. Oh je, der Leck wieder. So, da sind wir wieder und der Leck ist auch weg, der ich vielleicht früher machen soll. Okay. Gut. Also, die beiden Wunder werden gebaut und wir schauen aber hier nochmal, ob wir trotzdem schneller neue Schiffe an den Start bekommen. 17 Runden, dem Mars, Triebenrunden. 12 Runden, achso, jetzt geht es Terraforming nicht mehr voran. Ja gut. So. Dann haben wir das. So, jetzt haben wir ja vieles bekommen und das waren auch Dinge, die ich gerne auch selbst erforscht hätte. und da ist natürlich gut, dass wir die jetzt nicht erforschen müssen und gehen dann in Richtung kinetischer Waffen. Wir sollten dann auch noch die Akademie bauen, dass wir schnell Erfahrungspunkte bekommen. Ruhig auf der Venus. Dauert auch nur zwei Tage, zwei Runden. Und. Lava-Planeten können wir kondensieren. Okay. Wir können Titan bauen. Aber wir bauen jetzt erstmal die Wunder und erforschen die genetische Waffe und dann eventuell die Sprungsysteme. Mal schauen. So. Mit dem Teleskop machen wir hier weiter. Und wir werden angegriffen. Ein Cruiser und einen Zerstörer. Hier noch ein Upgrade. Jawohl. Jawohl. Okay. Ja, hier können wir dann ein bisschen aufsplitten. Ein Anführer ist nicht zugewiesen. Er hat sein Schiff verloren. Okay. Okay. Er mag Wachschiffe. Kann sein, dass er jetzt nicht sofort da ist. Genau, ETA5. Okay. Ah gut, wir könnten auch mal ein bisschen was kehren. Dass sie sich nicht sofort zurückziehen. Hm. Okay. 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 Wow. Schade. Ja, das ist aber schon Greedy dann. Und das ist nicht immer der von uns ist. haben noch ein schlachtschiff und der rest fliegt nach leno also flexibler können wir auch innerhalb von einer runde wieder nach ashbury fliegen hier haben wir übrigens auch noch die möglichkeit uns sensor recht weit anzeigen zu lassen also so weiter geht's ja erstmal fokus war ja auf das kleine schiff und hier unten scannen okay das ist eine ansage der verbesserung ja also damals so und die fliegen auch los ok ein kleiner schritt weiter vor dann ist er ja noch mit seinen nensern schießen können aber egal er hätte den einschluss wieder aufgefüllt der rotiert mal weg in der fast dauerung ist kann er nach oben rüchten ok ja dann verschwimmen wir gar nichts ok so kinetische waffen und dann erforschen wir noch die spraumodule wird eine runde oder fabrik fertig auf ja weltraumaufzug die kampfstation und weltraumaufzug aber dann dauert die 76 runden und hier können wir eine weitere struktur bauen dann dann mal das design überprüfen ja von von miniaturisierung haben wir jetzt hier mehr platz und natürlich battle pots einbauen so kannst du speichern und ja so ein schiff bauen ja und da werden wir wieder angegriffen aber nur ein zerstörer also kein problem da können wir den ein zerstörer durch zwei zerstörer abfangen dann ficht er eventuell auch nicht sofort ok ja und dann haben wir demnächst die kombination aus kinetischen waffen und sprungmodulen okay und wir bauen zwei galaktische wander ok gut leute dann bis zum nächsten mal bye bye und